An Leute, die gerade nicht wissen, was wir spüren, ich bin jetzt Masterbilder. Vielleicht sagt das einigen Leuten was? Erklärbar. Von früher. Erklärbar. Leute, bekommen wir einen Begriff. Da steht dann zum Beispiel, baue ein Mobiltelefon. Wieso brüge ich so auf mich ein? Ich mache doch gar nichts. Und dann müssen wir jeder für uns selbst das Mobiltelefon in der vorgegebenen Zeit bauen. Und wir stimmen dann am Ende ab, wer das beste Mobiltelefon in fünf Minuten gebaut hat. Ja, den hat mir Zombie gebaut für sieben Jahre. Okay, was? Wie überraschend. Thema Winter. Thema ist Winter. Was macht man denn da? Ich mache eine originalgetreue Kopie von Island. Das hat mir allen auch vor. Aber wenn du das jetzt schon machst, Okay, ja, doof. Originalgetreue Kopie von Island. Zehn Minuten. Oh, was? Na ja, was sollt? Ah, oh nein. Es ist schon vorbei. Na ja. Na ja, ich bin nicht beansatzweise fertig geworden. So eine Scheiß. Ich wollte gerade Mühe machen, aber... Was ist das denn? Was hat denn die DDR mit Winter's Coming? Die DDR mit Winter's Coming? Oh, das ist ja die Nummer. Aber hier ist eine Tür drin. Ja, das ist doch der Tor, um da durchzukommen. Rahmen? Hä? Hä? Was ist denn... Die Karotte ist verrutscht. Die Schmelz hat er hingesetzt. Ich bin nicht fertig geworden. Der TeamSpeak. Huch. Haben wir noch einen anderen Test, Leute? Na ja. Hat der auch... Was hat denn der... Hä, was ist das? Das ist... Dieser TeamSpeak gibt mir einfach... Der gibt mir literarische Einsichten. Boah, der Mori. Voll der Geübte. Alter, der Mori. Ah, da muss ich leider. Der war gut. Das sollte ein kleiner Schlitten auf Schnee sein, aber ich hab... Oh, du hast ja gar nichts gebaut. Ja, es war erst ein Schneemann, aber es hat dann so geklappt. Ich kann dir leider nicht so viele Punkte geben. Es tut mir leid. Ja, ich leider auch nicht. Die Idee ist gut. Ach, cool. Naja. Der hat nicht so gut geklappt. Aber da ist ein cooler... Da ist ein cooler Baum mit Schnee. Naja. Achso, ich kann selber nicht stimmen. Der ist hier legendär. Komm, hör auf. User disconnected from your channel. So. Gewinner Bram? Was? Was geht denn hier? Was ist mit Mori's Weihnachtsmann? Wer fehlt? Der Faktor ist der Faktor? 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 Oh nein. Ich lese gerade 75.000. Das sind aktuell 10.700 Packungen Klopapier, Leute. Einrastfunktion aktiviert. Ich will die Einrastfunktion nicht aktivieren. Lass mich in Ruhe. Ist Andi da? Ey, Andi fehlt. Äh, ja dann... Okay, hat der Andi... Die IP nicht... Der Andi ist doch... Achso. Der hat die Dingens IP nicht mitbekommen, ne? Die Teamspeaker IP, glaube ich. Der hat dich im Privat noch geschickt. Ich hab's bei Discord noch geschickt. Was kann Andi eigentlich? Neue TS-AP, steht im TS! Boah, Pan, was los? Andi! Ich hab so Hunger, ey. Boah, ich auch. Ich hab so Hunger, ey. Ich hatte heute drei Cousins. Boah, Sau. Mit Nutella? Er hat die selbstgemachte Spargelsuckel. Ach, Barrier-Block. Oh, Spargelsuckel. Das war das Einzige, was ich hatte. Ich hab noch Schokokustorte mit... Boah, Boah, Sau, Alter. Die Ari gemacht hat, da hab ich auch... Schick mal rüber! Er will halt einfach nicht. Ich glaube auch, der hasst uns einfach. Ja, der hasst uns jetzt. Aber schieben kann sich nicht lassen. Schade. Andi hat wohl Probleme mit dem TS. Nancy, was isst du da gerade? Gummibärchen. Boah, du Sau. Keine Gurke? Boah, ich will ein Gummibärchen. Du musst dir Essen holen. Ich bin ein Gummibärchen. Andi ist da! Dankeschön, ganz schön. Andi ist da! Schnappsaal, jeder einen trinken! Andi, was ist da los? Ja, was ist denn da los, Sia? Ich bin Fotografe immer. Hä? Sollen wir noch mal Twitch danken, die uns hier unterstützen? Oh ja! Jetzt nicht. Warten wir jetzt nicht. Achso. Danke. Die unterstützen uns hier, die Zahlen. Was stellst du denn so vor? Flatscreen. Einfach ein Flatscreen. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich hör nur die Monster so. Das ist Tram. Das ist eine Pizza. Achso. Hey. Das ist lustig, weil du dick bist. Hat der mich gerade fett genannt? Ja. Was ist denn hier los, Hörde? Ich spüre Passivaggressivität. Halt die Schnauze, komm. Ich bin drei Minuten schon dabei, nur den Scheißrahmen zu bauen. Ja, Mann. Ja, genau das. Das wäre doch nicht fertig in den nächsten 20. Das sieht auch innen nicht gut aus. Das sieht alles scheiße aus. Das ist alles Kacke. Juvie, echt. Ist wirklich so, ne? Alles Kacke. Ja, alles Kacke. Nein. Und dann kommt Mori wieder, weißt du, hält die ganze Zeit die Fresse und liefert dann wieder so ein Michelangelo ab am Ende. Ich kann halt überhaupt nichts bauen. Ich bin richtig schlecht. Hm, halt die Fresse. Ich hab keine Ahnung, wie das von den anderen ist. Ich bringe Pan Wein. Ich bin zufrieden. Ich eigentlich auch, aber ich weiß halt nicht, wie euer es aussieht. Und vielleicht sieht meins dann wieder dagegen aus. Ich würde mir jetzt gerne ein Gericht warm machen. Oh, Leute. What the fuck? Was ist das denn? Hä, voll geil. Unsere kleine Farbe. Voll geil. Du hast ein Flatscreen gebaut. Und ich hab's ne alten Röhrenform. Ich auch, ich bin zufrieden rum. Ich bin hoch. Wieso ist denn ab? Scheiße. Man, der ist so viel Zeitspannung. Hä? Hey, Jay. Wow. Alter, nice. Okay, mein Spiel ist zu laut. Boah, da oben. Oh, schön. Geil. Okay, das ist sehr cool. Das ist cool, ja. Alter, Mori. Ach komm, Ertab Mori. Willst du mich verarschen, Mori? Hau doch ab, Mori. So. Wir gucken grad Fernsehen. Okay, ich glaub, ich bin doch nicht mehr zufrieden mit meinem. Guck mal, die haben beide Viren. Man sieht die Viren richtig auf den Kopf kommen. Rätsel, Fantasie. Ja, können wir uns das bitte, können wir meins bitte überspringen, diese Runde? Denk ich's mir auch gerade. Ich möchte bitte nicht mehr existieren, wenn ich das sehe alles. Mach ich gerne. Ja, Mikrowelle. Mikrowelle. Äh, ich sag mal Mikrowelle. Bei TV muss man sicher was zu essen machen, ne? Aber das ist die neue, das ist die Viren, oder? Aber mit dem Kabel, nein. Das hat einen Kurzschluss. Geil. Das ist massiv. Das ist aber Viren. 16 zu 9. Der ist länger, als er hoch ist. Das ist süß. Tiefer als er hoch ist. Ja, das ist 21 zu 9. Bei mir ist noch kein Sender eingestellt, deswegen ist da Rauschen. Oh, du guckst Schach. Ah. Ah, du guckst gerade Schach. Ja, Schach. Schachweltmeister Schach. Jay hat gewonnen. Jay, nice. Jay, hey. Schön. Schön. Das Schach kommt da vorne. Das war unfair. Ich hab mich bei ihr eingebaut, nur um zu gewinnen. Nein, noch eine. Ja, noch eine. Oh. Oh. Oh, ja, hey. Na toll. Na toll. Hä? Das ist ja einfach. Dr. Haus? Äh, Haus. Wie baut man ein Haus? Wie geht das nochmal? Ist alles so lange her. Ja, der Moorgame hat wahrscheinlich schon ein Dorf gebaut. Ich wollte auch was sagen. Inklusive der Einwohner. So, da, 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 da. Ah, ah. Ha, oh Gott. Ha. 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 Shit, ich krieg's auch nicht fertig. What? Oh shit, ich hab Partikel gemacht, wo sie nicht hin sollten. Ha. Du kriegst das noch hin. Du kriegst das noch hin. Das kriegst noch hin. Diese Unkonzentration, diese Unkonzentration. Nein, 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 nein. Ha, die Unkonzentration. Oh, die sind auch falsch gebaut. Na ja, scheiß drauf. Was ist das denn für... Ey. Das ist Dr. Haus. Haus? Dr. Haus oder was? Leider nicht ganz fertig geworden. Oh, was ist denn mit den Knien, Alter? Gib die andere Tür. Huch. Äh. Was? Oh. Hä? Hä? Ich bin im Haus. Wieso spawne ich nicht im Haus? Was? Ich will hier raus. Ich kann nicht abstimmen. Ja, dankeschön. Hä? Wie macht denn der Jay das? Sag mal. Ja, wobei, der hat ganz viel Garten gemacht, aber das Haus ist jetzt... Was soll denn das heißen? Ja, gut, hast du recht. Jetzt, wo du es sagst, will ich es schlechter bewerten. Ja. Ja. Ja, Mori. Das ist ein Riesighaus, eigentlich nur mehr Garten. Huch. Hä? Ups. Oh. Ja, sieht aus wie mein Dach. Cool. Oh, das ist so schön. Oh, Herr. Oh, Herr. Es ist leider nicht fertig geworden. Na ja. Mach das nicht zu deinem Beruf. Mach das lieber nicht zu deinem Beruf. Nee. Liegt mir aber nicht. Schade. Ja, ich wollte was Schönes machen, das mit dem Bäume hätte ich auch machen sollen. Du hast auch hier alles grün gemacht. Hier, komm, ich mach mal. Hier. Ach, guck mal, hier ist ein Schiffen. Na ja. So. Ja, ich bin dritter. Wow. Na ja. Hä, ich hab gewonnen? Hä? Weil alle wieder daran erinnert wurden, dass man voten muss. Hey, verdient. Absolut verdient. Hä? Ich hab die Häuser davor alle vergessen. Und dann wurde ich wieder daran erinnert. Das hat mir auch am besten gefallen. Schön. Schön. Das war ein schönes Haus, Erik. Ja, aber die vergessen auch zu voten. Was? Corona-Karten küssen. Was? Hä? 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 Was ist denn die FF-Kacke-Wurst? Das verstehe ich nicht. Ist das ein Interner, worüber die IT lacht und alle anderen nicht? Was? 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 Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Ja, natürlich. Das ist ein Klospiel. Leute, bitte. Wie sieht ein Klo aus? Klo. Keine Ahnung. Erstmal kugeln. Erstmal kugeln. Ich benutze Löcher. Ich geh zum Scheiß immer in den Park. Schon fertig. Schnell musst du dich doch mal angucken, wie dein Real aussieht. Ja. Wo sind diese Partikel? Was habt ihr gesagt? Oh nein, Hase. Was denn? Machst du? Nicht. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott! Okay, that is nice. That is stark. Das ist richtig. Das ist geil. Es riecht auch schön. Meinst du es dir von oben angucken? Nee. Okay. Hä? Achso. Ah! Ah! Dieser Kuchen aufm Arsch. Alter, was? Waaaah! Meister bleeding. Legendär. Wie das denn hier noch rückspringen? Legendär. Oh scheiße. Nein, Fischi. Fischi, hey Fischi. Hey Fischi. Dabei war meins gar nicht so gut. Im Vergleich zu den anderen. Vergess nicht zu voten. Ja. Ah, schön. Wuhu.